Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Funktionaufnahme, wie ihr vielleicht seht, da unten, äh, da unten, ähm, ja, ich mache gerade eine kleine Funktionaufnahme und will ankündigen, dass ich demnächst mit dem Battle Fair Mob, den ich gerade runtergeladen habe, ein kleines Let's Play machen werde, und, vielleicht schon, vielleicht in dieser Welt oder auch in ganz neuer Welt, und, ja, aber das wird vielleicht noch eine Weile dauern, jetzt kann ich auch Segelmesser wieder folgen, auf, äh, hochladen, oder, also, ja, das Rechenmesser muss ich dann einfach sehen, öffnen, und, dann ist die Aufnahme der Öffnung vorbei, und, bye!